Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Shelter. Ich hab schon fast Fallout 2 gesagt. Und wir werden gerade von Todeskall angegriffen, währenddessen ich mich noch ein bisschen im Stream unterhalten habe. Heute haben wir jemand anderen zu Gast und zwar ist es ein anderer Moderator hier bei mir im Livestream. Und das ist der Niklas, wie ich das so gerne sage. Oder Niklas, hab ich doch immer gesagt, ne? Ja. Hallöle. Herzlich willkommen. Oh, ich hab gar nicht aufgepasst. Und ich habe Todesan... Ich bin so aufgeregt. Ich hab den Todeskrallenangriff überlebt, ohne irgendwie drauf zu achten. Damit haben wir schon zwei Punkte. Nice, Alter, nice. So, mal gucken. Die Aufträge für heute sind, überlebe fünf Todeskrallenangriffe ohne Opfer. Das dauert bestimmt noch ein paar Tage. Verkaufe 326 Waffen. Da fehlen uns nur noch 21, 31, 31, 31, sorry. Bin schon lange aus der Schule draußen, ich darf das. Und, äh, halte 60 Unfälle auf. Das sind die Aufträge. Hm, es dauert alles so ewig. Was sagst du? Sollen wir heute mal die Unfälle einfach mal durchnehmen? Einfach mal, weil ich keinen Bock mehr drauf habe? Ja. 13 Unfälle? Einfach mal so? 13 Unfälle kann man schnell mal durchnehmen, oder nicht? Kannst du gerne machen. Was sagt denn der Chat? Wollen wir heute mal irgendwie Unfälle machen? Das wäre doch mal was. Weil dann, dann haben wir ein Tier mehr. Und die blöde Quest ist weg. Die regt mich nämlich schon seit Tagen auf. Dann löscht sie doch einfach. Sie gibt ein Haustier. Das kann ich nicht tun. Das ist, das ist ein Geschenk, das muss man behalten. Ich kann natürlich auch einfach ein Euro investieren, aber, naja. Du hast genug. Und zweitens, genau das. Ich hab nie genug. So, und bist du schon was investiert? Man kann nie genug Haustiere haben, ich bitte dich. Denk an die Katzenlady bei den Simpsons. Das ist ihre Einstellung, die wir hier haben. Kennst du überhaupt die Simpsons? Jemals geguckt? Ich hab... Ja, natürlich. Kennst du die Katzenlady? Jeder kennt doch die Katzenlady. Du kennst die Katzenlady nicht? So, mein Freundchen. Du setzt dich jetzt an den PC und googlest nach Katzenlady. Aber schnell. Wir wissen, was dabei rauskommt. Ich kenn die Katzenlady nicht. Ich bin enttäuscht, Niklas. Ich bin enttäuscht. Hast du sie gefunden? Ja. Wie gruselig die auch sieht. Die hat... Ich weiß nicht, wie viele Katzen. Aber es gibt eine Folge. Da war sie eine Zauberin. Und ihr Zaubertrick war, Katzen aus dem Ärmel zu schütteln. Wuh, 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 wuh. Das fand ich cool. Okay. Äh, ich seh hier... Niemand ist dagegen, dass wir Unfälle machen. Außer wahrscheinlich die YouTube-Zuschauer. Die denken sich... Nein, Zero. Meine Zeit. Wir haben doch nicht so viel. Aber... Wir diesen Auftrag weghaben. Und deswegen werde ich höchstwahrscheinlich... Meine Frau missbrauchen. Indem ich Unfälle mit ihr mache. Äh, nicht das hier, ne? Also... Äh. Ihr wisst, was ich meine. In welchen Raum willst du sie denn schicken? In die Küche. Okay, das war fies. In den Dinner. Hast du überhaupt noch eine Küche? Ja, stimmt da ganz unten ein. Ich hab... Ich hab grad eine gebaut. Und das war's. Ich hab auch... Ich... Ich gebe zu. Ich hab, äh... Auf gute Fragen nett wieder rumgesurft. Aber ich... Ich hab tatsächlich nichts allzu geiles gefunden. Ich mein, klar. Ein paar gute Sachen hab ich gefunden. Aber es war nichts dabei, wo ich... Wirklich so ein Lachflash bekommen habe. Es gab so ein paar Schmunzler. Die kann ich euch gerne vorlesen. Aber so... Der Burner war das noch nicht. Noch nicht. Noch nicht? Nee. War das noch nicht vorlesen? Oder ist es noch nicht der Burner? Aber... Komm mal raus. Aber warte, warte, warte. Ich muss es erst mal suchen. Einen hatte ich nämlich auf Twitter gepostet. Und das war der Beste von allen. Jetzt muss ich nur auf meinen Account gehen und irgendwie mal finden. Medien. Ähm... Ach cool, da ist ein Bild von mir. Wenn ihr schon immer ein Bild von mir haben wolltet, Freunde... Geht auf Twitter. Da bin ich. Und außerdem ist da auch ne... Mandarine? Wie nennt man die großen Dinger? Nicht Mandarine? Ich weiß es gar nicht mehr. Taren schreibt grad Niklas in den Chat. Ja, was willst du denn? Er mag deinen Namen. Ja, ist äh... Habst du noch einen anderen Niklas irgendwie? In der Nähe? Der grad so... Irgendwie... Dabei ist? Wieso bin ich sexistisch? Ich bin die... Ich hab meine Frau in den Dinger geschickt, damit sie da ne Pause machen kann. Sexistisch von wegen. So. Oh, genau. Den fand ich... Den fand ich richtig gut. So. Folgendes. Äh... Ich hab zwar jetzt hier über die Überschrift nicht mehr, aber ich hab hier den Satz kopiert gehabt. Ich brauche dringend Hilfe. Meine Freundin hat Tripper bekommen und sagt, den hat sie von mir. Hatte nämlich vor ihr eine Infektion. Jetzt ist sie sauer und überlegt sich zu trennen. Ich hab ihr dann zur Entschuldigung ein Kuscheltripper geschenkt. Also ein Kuscheltier in Form eines Trippererregers. Aber das fand sie nicht so lustig. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit sie nicht mehr so sauer ist. Bitte keine Moral predigten, danke im Voraus. Also der Typ hat eine Geschlechtskrankheit bekommen, hat diese Geschlechtskrankheit quasi seiner Freundin übertragen und als Entschädigung wollte er ihr ein Stofftier in Form der Geschlechtskrankheit schenken. Plötzlich war sie sauer und er wusste nicht warum. Das ist doch unglaublich. Ich verstehe einer doch mal die Frauen. Es gibt Leute, die haben einfach, ich weiß nicht, die haben einfach sehr wenig Intelligenzzellen in ihrem Kopf. Und das war eine davon. So, aber ich hatte, ich hatte eigentlich was anderes gepostet. Ich meinte eigentlich was anderes. Und das war, das war auch noch nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Muss ich das aber nochmal kurz finden. Ich wusste gar nicht, dass ich zwei Beiträge gebracht habe. So, wo haben wir das denn? War das noch bevor Fallout 4 rauskam? Bin ich jetzt schon so alt? Nee, ich glaube nicht so. Och, da habe ich noch den Masterplan 1.0. Och, wie cool. Du hast den noch? Ja, auf meinem Handy habe ich den noch. Und sogar die Beta-Vision. Die habe ich auch noch auf meinem Handy. Die niemals von euch gesehen hat. Hm. Nee, ich glaube, ich habe es gar nicht mehr. Zu den Zeiten war ich nicht mal Mod. Ja. Mich hast du ja auch einfach so spontan zu Mod gemacht. Wirklich? Ich kam so in den Stream. Und habe gerade so Halule geschrieben wie normal. Und dann war da einfach Mod-Zeichen vor. Ich habe gefragt, what the fuck, was ist los? Ich habe erst mal gefragt, warum 0.0 so vorfahren? Ja, wieso nicht? Dann haben wir kaum einer mehr oder weniger. Nee, habe ich leider nicht mehr auf Twitter. Aber dann lese ich wenigstens zumindest etwas anderes vor, was ich mir gespeichert habe. Und zwar in meinen Lesezeichen. Fragen sie alle, wer mit dabei ist. Jetzt muss ich mich dafür einloggen auch noch. Was soll denn das? Okay, ich glaube, ich habe es verkackt. Ich habe es zwar als Lesezeichen gemacht, aber irgendwie ist die Frage nicht mehr da. Doch, da. Das war, ähm, einer der dämlichsten Fragen, die ich kenne. Warum heißt es? Es heißt ja gutefragen.net. Warum nicht dämlichefragen.net? Tja. Es war eine Erfindung, die dafür gedacht war, Gutes zu tun. Doch dann wurde sie missbraucht mit dummen Fragen. Okay, so. Einen lese ich noch vor heute. Und zwar, was bedeutet es, wenn ein 60-jähriges Mädchen einen 60-jährigen Jungen auf dem Po mit einer Flasche klatscht? Will sie dann Sex? Selbstverständlich will sie Sex. Wenn eine Frau zu dir ankommt und mit einer Flasche die auf den Hintern haut, dann nimm sie gleich hinter der nächsten Biegung. Ich weiß es nicht. Das ist doch... Wer kommt denn auf so eine Fragen? Ganz ehrlich. Ich meine, klar machen Frauen einem so Zeichen, wenn sie etwas von einem wollen. Aber in der Flasche auf den Hintern schlagen? Vielleicht wollte sie ihm ja die Flasche in den Hintern schieben. Das wäre dann ein gutes Zeichen dafür gewesen, dass sie Sex möchte. Aber auf dem Hintern klatschen? Weiß ich nicht. So, so eine... Es gibt genug Vollidioten auf der Welt. Ja, schon, aber... Wer kommt denn auf sowas? Ich meine, da kann ich auch gleich sagen. Oh, die Frau hat die gleiche Türklinke, wie ich benutzt. Die will doch jetzt Sex haben. Das ist genau dasselbe. Da kommt doch keiner drauf. Egal. Wir machen jetzt erstmal weiter. Das waren die zwei Fragen von gutefragen.net, die ich für heute rausgesucht habe. Was? Alles ein... Ich habe keine Ahnung. Tevin, du schreibst einfach zu viel. Was? Keine Ahnung. Ich kann ihn auch nicht verstehen. So. Ich möchte gerne zuerst diese eine Quest beenden, mit diesen, ich glaube, Klamotten sammeln. Na? Verkaufe Waffen und Outfits. Achso, ich kann beides verkaufen. Okay, das ist ja easy. Jerry Price. Da haben... Achso. Ah, ich habe... Ich habe schon wieder Zombie-Suro-Guy rausgeschickt, ohne es zu merken. Der arme Kerl landet jedes Mal draußen. Tut mir irgendwie leid. Der hat nicht mal einen Namen. Wieso hast du keinen Namen, Junge? Dann Ende sein Leid. Hä? Ich habe hier gerade einen Typen aus dem Mütland geschickt, der hat keinen Namen. Achso, der hat einen Punkt. Okay, das erklärt einiges. Der hat keinen Namen. Oh, er hat einen Punkt. Das ist sein Name. Punkt. Ja, habe ich wohl vergessen, ihm irgendwie irgendwas hinzuschreiben. Silo hat mal eine Frage gelesen. Ähm, da stand drinne, meine Katze vibriert. Ist das normal oder geht sie in die Luft? Ich sehe es gerade auch. Mann, ey, diese Leute. Wir haben auf jeden Fall den Auftrag erledigt und lasse einen Bewohner aus Ökland 43 Stunden lang erkunden für 1100 Kronen Korken. Ganze klicken, Alter. Mach ich nicht. Dero, warst du eigentlich in Sport früher sehr sportlich oder eher nicht? Äh. Ja, wie siehst du das? Also, ich war ein ausgezeichneter Torwart in Fußball. Das auf jeden Fall. Ähm. Ich hatte viel Ausdauer, war aber nicht wirklich schnell. Also, ich bin immer mit einer Zwei aus dem Sport gegangen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein Jammerlappen war, der irgendwie nicht Fußball spielen konnte oder der ja nicht werfen konnte. Ne, ich hatte meine Zwei. Äh, ich war gerne im Tor, weil ich gute Reflexe hatte. Also, wieso? Wie kommst du darauf? Wirklich für dich wie so ein Lusche, oder? Nee, aber du sagtest ja, hier, ich mach meine Anti-Diät so und da mal ein paar Kilogramm. Das passt schon. Ja, ja, ich muss nur ein bisschen zunehmen. Das ist alles. Ich wiege ja, oder ich hab gewogen. Ich hab, äh, vor zwei Wochen hab ich noch 59 gewogen. Was sehr wenig ist für 1,79. Jetzt hab ich, äh, ja, angefangen zuzunehmen seit zwei Wochen und, äh, vier Kilo hab ich jetzt drauf. Und es geht nach oben! Warum? Was nach oben? Wie, was? Warum? Ja, warum willst du nach oben? Also, mehr Gewicht. Weil ich ein Mann bin und Männer müssen viel wiegen. Schieß. Ähm... Ich glaube, ich verstehe nicht. Das Problem ist, glaube ich, äh, dass du noch jung bist. Eventuell? Weil, äh, wenn du älter bist und eine Frau hast, dann braucht eine Frau so, als Mann so ne Masse, weißt du? Wenn du da als Hungerhaken auftrittst, dann, äh, bringst du ihr nicht viel. Jedenfalls doch schon, aber es ist halt besser, wenn du mehr Masse hast als Mann. Aber nicht zu viel. Kommt auf den Geschmack der Frau an. Also, wenn die gerne mal in den Falten wühlt und sucht, bitte? Dann wiege ich auch gerne 100. Oh, ähm, ich, ich hab mir da mal so ne richtig, man kann se, pet-feindliche Paare ähm, Frage stellt. Äh, die sollte ich auch hier lieber nicht stellen. Äh, sonst dürftest du sehr wahrscheinlich dieses, dieses Video nicht hochladen. Ziru, du hast das Mikrofon auf Stumme gestellt. Test? Jetzt geht's wieder. Seltsam. Test? Okay. Ja, alles okay. Seltsam. Naja. Gut, dann habt ihr gerade die Elfte wahrscheinlich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Aber ich meinte so viel wie, hau raus, ich kann alles mögliche zensieren. Wenn, wenn zwei sehr, sehr dicke Sex haben, hab ich mich gefragt, wie lange der Mann überhaupt braucht, um, 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 stecken. Naja. Also finden, kann ich verstehen, dass das länger dauert. Aber, ich mein, die Frau wird sowieso nichts spüren und ob er jetzt in irgendeine Falte reingeht, kann der doch egal sein. Oder nicht? Ich mein, wenn ich, wenn ich so eine dicke Frau sehe, die wirklich richtig dick ist, dann vermute ich mal, dass sie auch richtig schwitzt. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich funktionieren. Nehme ich jetzt mal an. Ja, aber die müsste doch, naja, eher der Mann müsste da so ein paar Speckrollen wegnehmen, damit das funktionieren würde. Nö, der benutzt einfach die Speckrollen. Und dann, und dann sagt er, Schatz, keine Sorge, ich bin drin. Ich weiß, du spürst nichts, aber ich bin drin. Ich schwör's. Und das war's. Nicht als würde ich das schon mal getestet haben oder so, da gehst mir gerade alles kalt in den Rücken runter. So. Wir haben eine Milliarde Tote hier in der Vault. Krass. Bin, glaube ich, gleich wieder pleite. Was ist das für eine sinnlose Frage? Die Latte hat gerade eine Frage im Chat gestellt. Ich habe vor ein paar Minuten die Türklinke angefasst und meine Mutter danach, ist sie jetzt schwanger? Das hat was mit meiner Frage, die ich vorgelesen habe, zu tun. Ich habe doch vorgelesen, dass, wenn eine Frau einem Jungen auf den Po haut mit einer Flasche, dass sie Sex will, und da meinte ich, da kann ich ja gleich sagen, ey, die Frau hat die gleiche Türklinke benutzt wie ich. Die will bestimmt auch Sex haben. Weißt du? Das sollte einfach nur ein Scherz sein. So. Es gibt viel dümmere Theorien zu Babys. Also, es gibt da, äh, einen Mythos, der besagt, dass in irgendeinem Krieg, ich weiß jetzt nicht wann, 19 oder Taste nicht gesehen, ähm, ein Mann in die Lenden geschossen wurde, die Kugel durch die Lenden, die durchgegangen ist, dann gegen einen Stein geprallt, nach oben geschossen, und in die Gebärmutter einer Frau. Und die Frau ist schwanger geworden. Und dann sagen wir doch mal, die Menschen sind intelligent, denn viele von denen haben das tatsächlich geglaubt. Die Wahrheit war einfach nur, dass, äh, damals die Matrosen auf See sehr einsam waren, und da waren halt ein paar Frauen, und die hatten halt ein bisschen Spaß, und, ne? Damals war das halt so, wenn man, äh, nicht verheiratet war, war das nicht so toll, schwanger zu sein. Und dann musste man sich Dinge ausdenken, wie zum Beispiel, hey, der Typ vor mir wurde von der Kugel getroffen, und das Ding ist dann runter in meine Gebärmutter, aber jetzt bin ich schwanger, tun wir leid. Passiert. Und seltsamerweise haben die beiden natürlich irgendwann geheiratet. Weil, ich meine, der Mann hatte Verpflichtungen, die mussten heiraten. Ist ja selbstverständlich. Ich meine, wem erzählen die das? Das ist ganz komisch. Das Problem ist, dass die Menschheit, also, früher waren wir Menschen ja total dumm. Wir haben rohes Fleisch gegessen. Früher? Also, ich empfinde die Menschheit immer noch als sehr dumm. In der Steinzeit. Und wir haben uns ja, wir haben die Dinge um uns verbessert. Wir haben uns angeblich weitergebildet, sind aber trotzdem genauso dumm. Also, nicht vom Wissen her, sondern von dem, was wir tun. Kann ich bestätigen? Ich meine, nicht alle. Es gibt natürlich viele Leute, die sind halt wirklich intelligent. Aber wenn ich mir halt wirklich so, auch YouTube anschaue, wenn ich mir YouTube anschaue, wenn ich viele Kommentarschreiber anschaue, natürlich nicht auf meinem Kanal, auf meinem Kanal sind alle Zuschauer übelst intelligent, sondern auf anderen Kanälen. Auf anderen Kanälen, wenn ich mir da die Kommentare anschaue, was ich natürlich immer mache, dann sieht man halt wirklich, dass da irgendwo etwas schief läuft in der Welt. Ist halt so. Oder zum Beispiel, Dinge, von denen ihr überhaupt gar nichts mitbekommt, sind Kommentare, die als Spam fallen. Ich hatte vor, wann war das? Vor einer Woche oder so? Hatte mir jemand unter einem Video geschrieben, du Hurensohn. Und ich denke mir, was ist der denn? Er ist mal als Spam markieren auf seinen Kanal gegangen, hat er so zwei Videos, in dem er irgendwie ein bisschen rumkreischt, fünf Minuten lang, und das war's. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin der Hurensohn und du bist, keine Ahnung, verrückt anscheinend. Das sind so sinnlose Leute. Keine Ahnung. Habe ich natürlich erst mal gemeldet, weil, naja, ich das halt immer mache. Und das sind so Dinge, die ihr halt nicht mitbekommt. Ich bekomme ja, was weiß ich, 50 Spam-Mails am Tag, oder nicht Spades, Kommentare, und die muss man halt auch irgendwie beseitigen, damit ihr da halt nicht irgendwie euch dann durchlest. So, zum Beispiel... Deswegen will ich recht auf deinem Kanal haben, ich will auch sowas mitbekommen, ich will auch sowas sinnloses mitbekommen, was überhaupt keinen Sinn macht. Naja, das ist ja wirklich so, dass viele, viele Kommentare, die ich bekomme, die unter Spam fallen, ich kann euch gerne mal eins vorlesen, das ist, Beleidigungen. Nein, es sind keine Beleidigungen, es ist einfach unnötig, das ist Werbung, also am meisten kommt Werbung, dann kommt, ey, guck mal, wir haben eine tolle Seite, da zahlst du nur 50 Euro für 50 Likes. Und so eine Kracke, weißt du? Oh. Wieso das unter Spam gefallen ist, weiß ich nicht. Das mache ich erst mal ein paar Genehmigen, okay. Seltsam. Und zwar, schreibt einen da unter die 160. Folge Cool Video, I like it. Ja, schön, ich spreche ja mal nicht mal Deutsch. Und dann habe ich hier ungefähr, ja, warte, ich zähl mal kurz nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elfmal den Kommentar habe ich bekommen. Äh, did you try this Pikachu game? Have fun and relax! Und dann ein Link. Elfmal, auf elf verschiedenen Videos, random, auf allen Videos verteilt. Der gleiche oder verschiedene? Genau der gleiche, immer der gleiche. Hier, Far Cry, erste Folge, dann Skyrim, 198. Folge, Assassin's Creed, 33. Folge, Skyrim, 107. Folge, Fallout Shelter, 136. Folge und so weiter. Einfach komplett random, äh, sucht er sich da irgendwelche Videos von mir aus und schreibt da so Müll dahin. Da denke ich mir, warum? Dann haben wir hier halt einen Zuschauer, der irgendwie wahrscheinlich verkackt hat und viermal seinen Namen geschrieben hat, wie so auch immer. Und die landen halt automatisch dann als Spam, wenn sie zu viel machen. Dann gibt's hier halt viele dumme Sachen. Wie zum Beispiel so ein Typ, der von einem Monat versucht hat, immer wieder auf meinem Kanal Werbung zu machen. Der hat sich die Folgen nie angeguckt. Er hat einfach nur das Video aufgemacht und einen Kommentar geschrieben und hat gehofft, damit er irgendwie Zuschauer holt. Und zwar schreibt er so eine Sachen. Äh, warte, ich kann das euch sogar zeigen. Ich kann euch das sogar zeigen. So, ich versuch mal. So. Da. Sowas schreibt er mir. Er schreibt, hey Zero, mein Spiel zu superhot. Zock weiter so. Grüße, hast du nicht gesehen. Und dann macht er hier mir so einen riesen Smiley. Hier, genau die gleiche Scheiße. Ey, krass geil, fette Daumen. Wir feiern deinen Fallout-Zocken, Zero. Und so weiter und so fort. Das macht er nur wegen der Werbung. Und es gibt viele, die sowas machen. Viele, die einfach nur dumm irgendwelche Kommentare schreiben und Werbung zu machen. Dann wäre es wenigstens konstruktiv, weißt du, aber nein. Und das regt mich halt auf und deswegen hänge ich da jeden Tag mindestens eine halbe, eine Stunde dran und entferne alle Kommentare, die ich bekommen habe, also die wirklich dumm sind, aus den Kommentaren heraus. Weil ich auch nicht will, dass jemand bei mir Werbung macht. Naja, wir sind ja hier zum Spielen und ich quatsche über YouTube. Sollte eigentlich so nicht sein. Zero, du hast dich ja das eine Mal gefragt, weil ich hab dich ja gefragt, ob ich recht auf deinen Kanal kriege. Du hast gesagt, nee, passt schon, alles okay. Aber ich habe geschrieben, nein, meine Macht. Nein. Und das hast du irgendwie nicht verstanden. Was hast du geschrieben? Deine Macht? Beim Privatchat. Ja, ich hab nur, ich hab nur Macht machen bekommen. Ich hab nur ein Sternchen mit machen bekommen als Text. Also, ich wusste nicht, was du wolltest. Also, ich hab nur ein Wort von dir bekommen. Ich hab, ja, ich hab mich da, nein, mein Macht geschrieben, nein, und dann hab ich meine, halt, als Korrektur bestellt. Also, korrigiert. Aber ich hab nur das Wort bekommen, also, deswegen hab ich nichts damit anfangen können und dachte mir, was will der von mir? Will er etwa meine Cookies haben? Nein, die kriegt er nicht. Warum nicht? Ich bin ein Mod. Meine Cookies musst du trinken. Weißt du noch? Ach ja. Da war ja der Nachgeschmack nicht so tufe. Äh. Aber ich hab noch ein bisschen was von Vanille, das heißt, ich werde immer so abwechselnd, sonst, es wird halt oll, wenn man immer nur dasselbe trinkt. Also, es ist so quasi, du könntest dabei einschlafen, weil du den Geschmack schon auswendig kennst. Weil du ihn dreimal am Tag trinkst. So. Ich würde sagen, ich verteile nochmal die Ödländer, dann werden wir die Lunchbox öffnen, heute darfst du nämlich raten, wenn du möchtest. Äh. Ich bin jetzt, ich sag jetzt mal ja. Du sagst jetzt mal ja? Ja. Oh, 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 oh. Fast hätte ich den Fehler mit Zombie-Surrogai wieder gemacht. Das wollen wir ja nicht, ne? Soll hier jetzt Zombie rumlaufen. Aber du weißt jetzt, dass du mich in den Streams dabei haben kannst. Schon, ja. Müssen wir erstmal gucken, was die Zuschauer auf YouTube sagen. Ach, stimmt. Es kann ja sein, dass du einfach den zu jung bist, weil du hast ja auch eine sehr jugendliche Stimme, ich sag's mal so. Ja, weil ich gerade erst in den Stimmbruch komme. Ja. Und es gibt halt Leute, die das nicht so mögen. Gerade auch, weil meine, äh, meine Statistik halt aussagt, dass wirklich meine Zuschauer alle, meist alle über 20 sind. Nicht alle, aber viele. Und da kann ich das durchaus verstehen. Kennst du eigentlich deine Statistik? Also, aus welchem Land deine Zuschauer alle kommen? Boah, ich kann hier ein bisschen was draus plaudern. Ich geh jetzt einfach mal in die Analystics. Ich, ich kann, ich weiß eigentlich alles. Ich weiß alles über euch. Ja, auch über dich. Deine schmutzigen Gedanken, wenn du meine Videos guckst. Okay, okay. Hau raus. Komm. So, warte. Ich geh erstmal in meine Analystics rein. So. Also, es ist, es ist ein total verrückt, was da drin steht, aber es stimmt tatsächlich. Äh, wenn ich es denn finde. Ähm. War das unter Zuschauerbindung? Es ist ein YouTube-Produkt. Das ist neu. Ah. Oha. Mich können schon gucken. Äh, ich, ich treche schon durch. Mich gucken, äh, tatsächlich Leute auf YouTube Gaming an. Wow. Daher habe ich das letzte Mal so viel Profit gemacht. Da. Also. Auf meinem Kanal, es geht hier nur um Aufrufe. Nur um Aufrufe. Äh, habe ich Aufrufe von 88% männlich und 12% weiblich. Kein Wunder. Das heißt kein Wunder. Ich finde 12% weiblich ist schon eine richtig gute Statistik. Und jetzt kommt es nämlich, Ähm. Wir haben, ich fange jetzt mal bei den, äh, männlichen an. 13 bis 17 Jahre alt, 13% auf meinem Kanal. 18 bis 24, 25%. Da hatte ich mein Handy. Ach, da hinten. Ich muss mal kurz den Flugzeugmodus anmachen. Ich habe gerade ein bisschen Sorgen. So. Äh, dann haben wir, wo waren wir stehen geblieben? 25 bis 34 sind auf jeden Fall 24%. Und 18 bis 24 sind 25. Das heißt, das hier sind tatsächlich meine Stammzuschauer. 18 bis 24, also 18 bis 34. Das sind meine Stammzuschauer. So, dann haben wir 35 bis 44 Jahre alt, 14%. Ja, und es wird noch älter und kurioser, denn 45 bis 54 Jahre alt habe ich 3,1% und jetzt kommt's. 55 bis 64 Jahre alt habe ich 8,9%. Das heißt, ich habe eine Lücke bei 45 bis 54 Jahre und danach steigt's einfach wieder auf. Und tatsächlich habe ich insgesamt, ich kann's gar nicht mehr lesen, ist zwar so ein ganz kurzer Prozent, da, 0,8 Personen sind über 65, die mir zugucken. Und bei den Mädels ist das halt auch ein bisschen schockierend. Da haben wir 25 bis 34, das ist tatsächlich meine Altersgruppe. Daher kann ich das verstehen, dass da 3,9% sind von den 12. Die stehen halt alle auf dich. Ja, irgendwo kann ich das auch verstehen. Ja, und den Rest, also, äh, so. Dann haben wir... ist halt da, weil sie auf dich stehen und ein anderer Teil verzieht sich wieder wegen den Sachen, was hier in den Streams vorkommt. Dann haben wir 35 bis 44 Jahre weiblich 2%. Und dann steigt's nämlich bei 45 bis 54 Jahre wieder auf. Und da haben wir 4,5%. Das heißt, die meisten weiblichen Zuschauer bei mir sind über 40 Jahre alt. Und jetzt denken wir drüber nach, warum. Ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, bin ich einfach so schnuckelig, dass man sich denkt, ach komm, der Süße, den kann ich ja auch immer kurz vernaschen. Das ist aber eher so Neffe und nicht zusammen. Naja. Jedenfalls, das ist das Ganze. Und ich hab natürlich auch die Statistik über die verschiedenen Länder. Zum Beispiel hab ich hier in Deutschland, ähm, ja, verschiedene Prozente, die lese ich jetzt nicht alle durch, aber ich kann's auch jetzt auch, ich kann's jetzt auch nicht in den Stream reinzeigen, weil es ist eigentlich verboten. Und ich hoffe, dass YouTube kein Deutsch kann. Jedenfalls hab ich die meisten Aufrufe in Deutschland, dann kommt Österreich, dann Schweiz, dann Vereinigte Staaten, dann Luxemburg, Russland, Brasilien, Türkei, Kanada und Ungarn. Das sind die Top 10 Orte, an denen ich geguckt werde. Und tatsächlich, Ungarn ist die, ich weiß nicht, ungarische Frauen mögen mich anscheinend, weil mich in Ungarn nur Frauen angucken. Echt jetzt? Ja. Ich scheine wohl in Ungarn so eine Art Topmodel zu sein, ich weiß es nicht. Es ist sehr auffällig, wie der orangenen Strich immer ca. ein Achtel in jedem Land betrifft, außer Ungarn. Bei Ungarn sind es 100% Frauen. Also Russland wird mich, also das wird mich nicht so verwundern, aber bei manchen Ländern ist das schon echt skurril. Ja, Brasilien. Ich weiß nicht, was ich mir da großartig mit Brasilien zu tun habe, oder Türkei. Gut, Türkei kann ich verstehen. Ähm, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich glaube, Zero bedeutet irgendwas türkisches. Ich glaube, Zero bedeutet irgendwas türkisches. Ich glaube, Zero ist ein türkischer Name. Ja, ähm, nee, also ich hab mal Zero eingegeben und halt bei Bildern, da kam dann nach einer Zeit irgendwie so ein Wrestler oder sowas. Leute, eure Hausaufgabe für heute ist, googelt meine Namen und findet heraus, was Zero bedeutet. Es gibt eine Zero GmbH. Es gibt zu viele Zeros. Es gibt auch, es gibt einen Schokoriegel, der heißt Zero. Ich war mal in Versuchung, mir diesen Schokoriegel zu kaufen, aber dachte mir, nee, lassen wir lieber. Muss nicht sein. Übrigens, wir müssen langsam mal die Folge beenden, deswegen öffnen wir jetzt mal die Lunchbox. So. Willst du die letzte Karte raten oder alle Karten? Alle. Okay, die erste. Sie ist weiß. 100 Kronkorken? 1 Stimpact. Die zweite Karte. Sie ist Gold. Oh. Oh. Eine Waffe? Nein, es ist Schrott. Also, es ist wirklich Schrott. Welche Schrottart ist es? Ähm. Wie du es nennst, Kackbratzenleder. Nein, Militärplatine. Knapp, knapp. Die dritte Karte ist weiß. Was auch sonst? Wieso sollte auch was blaues kommen? Eine Waffe? Es ist eine Waffe. Luftgewehr? Nein, es ist die 32er Pistole. Das war knapp. Aber auch schon scheiße. Also, zwischen Luftgewehr und 32er Pistole liegt nicht allzu viel. Muss man dazu sagen. So, die vierte Karte. Sie ist, na, weiß. Warum auch nicht. Weiß. Logisch. Ähm. 100 Kronkorken. Oh 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 oh. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Puh. Das war nicht schlecht. Okay. Die letzte Karte. Sie ist blau 500 Kronen Korken Nein, es ist eine Waffe Kannst ruhig die Waffe noch beraten Boah Eine blaue 14 bis 15 Schaden Na los Mann, ich weiß nicht, wie die heißt Ich weiß nur, dass die rot ist Ob man das als rot erkennen sollte Aber es ist das gleiche Gewehr Wusste ich's doch Ach, jetzt wusstest du's Na komm, Joshua Ich wusste halt nicht den Namen Joshua, ich werd den jetzt noch mal kurz benennen Sonst vergesse ich das in der nächsten Folge Da hast du definitiv recht Es war der Typ mit Punkt Den du wolltest, ne? Es war der Typ mit Punkt Ja Der Typ namens Punkt Er kannte seinen Namen nicht Und deswegen konnte er auch keine Unterschrift machen Er setzte nur einen Punkt So, Joshua Also wenn wir jetzt mal im Ähm Im World Im World Leben wären Wie hat er dann den G-O-A-T bestanden? Ja, gar nicht Ich glaub, da konnte nicht mehr angemeldet werden Ich mein Stell dir vor Du sitzt in der Schule Und du hast keinen Namen Wie soll dich denn Dein Lehrer aufrufen? Äh, du da Du da mit grüner Jacke Komm mal vorne und mach Dann stehen aber die ganzen Türken auf Weil die denken Ey, das ist ein Bro, Alter Den müssen wir unterstützen Ja, Silo, du siehst fresh aus Bist du jetzt zufrieden? Du siehst fresh aus Äh, Joshua Ich bin Zwölf Tevin Wiegt 53 Kilogramm Mit 1,57 Er ist nicht unsportlich Blablabla Naja, aber ist doch auch schon wenig Ich mein Als Frau Also wenn du eine Frau wärst Die würden sich über so ein Gewicht freuen Also ich würde noch ein bisschen zu niemand an der Stelle Also 60 bis 65 wäre Tevin für dich schon in Ordnung Glaub mir Das ist Das wäre besser Tu es Eine Anti-Diät für dich Verschrieben von mir So Wir müssen jetzt erstmal die Folge wenden Weil wir sind echt schon zu lang dabei Ähm Wo bin ich schon wieder rassistisch? Ich bin auch wirklich rassistisch Dir immer so als Frage, du Du bist ja auch zwölf Wie lange brauchst du denn noch, um 13 zu werden? Ich bin nicht rassistisch Ich habe einen verdammten Roboter mit einem Menschen verkuppelt In Fallout 4 Ist das rassistisch? Nein Und deswegen Warum sollte das rassistisch sein? Es wäre rassistisch, wenn ich sie auseinandergebracht hätte Das habe ich nicht getan Ich habe sie zusammengeführt Und sie haben gestern in der Folge geheiratet Überlegt mal drum Wir sehen uns morgen wieder Haut rein Tschau Nein Bis zum nächsten Mal